Ja hallo, ich bin Julian von tech.fd und wir sind hier gerade in New York auf einem Pepcom-Event und wir haben hier das neue Transformer Book T100 von Asus. Das hat den neuesten Intel Atom Baytrail Prozessor drin, ein Quad-Core, den Z3 740, Windows 8.1 direkt installiert, 2 GB RAM, 32 GB bzw. 64 GB Speicherplatz, 10,1 Zoll, Display mit 1366x768, Auflösung, Intel HD-Grafik natürlich und 11 Stunden Akkulauchzeit. Das Besondere ist, dass man hier, wie bei so vielen Transformer Tablets hier im Prinzip das Display abmachen kann und die ganze Technik versteckt sich dann in dem Tablet an sich. Das heißt, man kann es auch einzeln nutzen und eben als ziemlich schickes Windows 8 Tablet hier einsetzen. Wir haben hier einmal einen Micro-USB-Anschluss bzw. Micro SD, einmal ein Micro-USB, wenn das hier fokussieren würde. Das fokussiert jetzt leider nicht. Einmal noch ein Stromanschluss, hier unten vermutlich ein Displayport und auf der anderen Seite laute Leitertasten sowie einen An-Aus-Taster. Jetzt spinnt meine Kamera ein wenig. So, jetzt funktioniert es. Hier oben seht ihr alles, hinten schön das Asus-Logo. Und wie gesagt, das Tolle ist, dass man hier unten noch eine Tastatur hat, wo man das Ganze reinklicken kann und dann eben ganz normales auch mit Tastatur verwenden kann, wie ihr seht. Und an sich, wenn man das dann zusammen macht, sieht man dann, dass es eigentlich ziemlich schön verarbeitet ist hier. Ziemlich schicke Rückseite, so ein raues Metall oder irgendwas. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Hier noch einen USB 3.0-Anschluss, einen vollen und für 349,99 Dollar ist es wirklich nicht schlechtes Gerät. Wie gesagt, ein vollwertiges Windows 8.1 Notebook bzw. Transformer-Book von Asus. Vielen Dank fürs Zuschauen, playtech.de und bis zum nächsten Mal. Tschüss!